Hallo, guten Morgen aus dem Freischwimmer in Ludwigshafen. Es findet die Verlosung für Sofort Your Local Artists statt. Unsere Künstlerinnen und Künstlerhilfsaktion für die Kultur in der Region Rhein-Neckar. Natürlich will ich die erwähnen, die diese Aktion möglich gemacht haben. BASF als Hauptsponsor. Vielen Dank. Die Tischrunde in Ludwigshafen ist dabei, das Kulturbüro der Stadt Ludwigshafen ist dabei. Die Metropolregion Rhein-Neckar ist dabei mit dem Kulturbüro. Freischwimmer ist dabei und unsere Kulturplattform WOW. Vielen Dank an euch, dass ihr diese Aktion realisiert. Und jetzt zur Verlosung. Wir verlosen heute diejenigen Künstlerinnen und Künstler und deren Beiträge, die dann im Netz gezeigt werden. Und zwar von morgen ab, vom 12. bis zum 10. Juli. Vom 12. Mai bis zum 10. Juli. Aber diejenigen, die heute nicht gelost werden, haben auch noch eine Chance. Wir werden einiges dafür tun, noch mehr Gelder zu sammeln und eure Videos bleiben im Losdorf. Und ich hoffe sehr, wir alle hoffen sehr, dass wir dann eure Videos in Folge auch noch zeigen können. Und ich will nicht vergessen, auch eine befreundere Aktion zu erwähnen, nämlich United We Stream. Auch die sammeln Spenden für die Veranstalter im Kulturbereich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und natürlich will ich nicht vergessen, alle, die dieses Video sehen, dazu anzureden, zu spenden. Unterstützt die Künstlerinnen und Künstler unserer Region. Es ist für eine gute Sache. Wir wollen die kulturelle Infrastruktur der Region Rhein-Neckar erhalten. Und das ist eine Aktion dafür. Und danach kommt noch mehr. Vielen Dank an alle, die sich engagiert und engagiert haben. Bis dann. So, hallo, mein Name ist Ilka Fischer. Ich grüße herzlich aus dem Freischwimmer hier in Wingshafen der neuen Off-Location. Und mir ist jetzt die ehrenvolle Aufgabe zu teilen geworden, die ersten fünf Lose zu ziehen. Sprich, ab morgen, 12. Mai, 13, 14, 15, 16, die Kandidaten werde ich jetzt auswählen und bin sehr gespannt. Nummer eins. Am 12. Mai wird Markus Kessler. Herzlichen Glückwunsch. Dann spannen. Nummer zwei. Und wird Rolf Fritz. Herzlichen Glückwunsch. Und Nummer drei. Rolf Fritz. Lucy Mackert. Herzlichen Glückwunsch. Und nächstes Nummer fünf. Wird Uwe Grau. Und nun gebe ich ab mit den herzlichen Grüßen, herzlichen Glückwunsch an meine Kollegen. Ciao. Hallo zusammen, mein Name ist Monika Schill. Ich bin vom Kulturbüro Ludwigshafen. Und es geht weiter. Ich ziehe jetzt die nächsten fünf Künstlerinnen und Künstler, deren Videos gezeigt werden und die damit auch je 500 Euro. Bekommen. Das ist Beate Hoffmann. Herzlichen Glückwunsch. Erwin Dixner, herzlichen Glückwunsch. Die dritte ist Dr. Theresa A. K. Kaya. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir Chris Chabot. Herzlichen Glückwunsch. Und Letztes Los für heute geht an David Böcker. Herzlichen Glückwunsch. So. Toi, toi, toi. Es geht weiter. Ich übergebe an Herrn Berkel. Guten Tag allerseits. Mein Name ist Matthias Berkel. Ich bin Vertreter der IHK Tischrunde Ludwigshafen, der Ludwigshafener Wirtschaft. Ich habe jetzt die Ehre, die nächsten fünf Lose ziehen zu dürfen. Für die nächsten fünf Videos. Nummer eins. Juliane Kühl. Herzlichen Glückwunsch. Nummer zwei. Nummer zwei. Dorina Schmauder. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Nummer drei. Peter Brautner. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herr Dr. Der vierte Gewinner ist Glenn Langhorst. Herzlichen Glückwunsch. Und schließlich Nummer 5, Julian Schaaf. Alle Fünfen im Namen der Tischrunde viel Erfolg und vielen Dank. Guten Morgen, mein Name ist Peter Traut vom BSF Kulturprogramm. Zunächst wollte ich mich herzlich beim Team von Prauschberg bedanken, dass wir hier heute Morgen sein dürfen. Die Seite aktiviert sich jetzt nicht so ganz einfach. Und würde jetzt einfach die nächsten fünf Gewinner ziehen. Nummer 1 ist Celia von Sekar. Nummer 2 ist Christian Uhl. Nummer 3 ist Oliver Metzger. Nummer 4 ist Christel Schüttler. Nummer 4 ist Christel Schüttler. Nummer 5. Letzte ist Peter Fischer. Alle Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Ich vergebe dann beide ans Kulturbüro. Ja, Robert Mototo vom Kulturbüro und ich freue mich jetzt darauf, die nächsten fünf zu ziehen. Und dann drehe ich hier mal. Olaf Schönborn. Herzlichen Glückwunsch. Coole Technik. Nach alter Familie. Dein René Hüller. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Kai Demut Glückwunsch Und auch, dass das nicht zu viele zieht Würde ich gerne Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Gründen Thomas Roscoe Feilert Herzlichen Glückwunsch Janett Rosen Auch dir herzlichen Glückwunsch Vielen Dank Hi, mein Name ist Andreas Heinrich Ich investiere das Baumagazin für Kulturen Ludwigshafen und ziehe die letzten Gründen Peter Strauß Wir haben Carina Helfner Tascosa Herzlichen Glückwunsch René Pouya Pouya Ralf Pourami Fuglein Maria Kochendorfer Mara the Singing Salists Okay 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 Okay